Mein Name ist Mono Budrus und ich bin unter anderem verantwortlich für die Filme über chronischen Schmerz, Migräne und für die beiden hier. Und ich habe jetzt 30 Sekunden Zeit, um euch zu sagen, wie stolz ich darauf bin, dass ich ein klitzekleines Rädchen in eurem Getriebe sein darf. Ich habe 30 Sekunden Zeit, um euch zu sagen, was für eine tolle Arbeit ihr hier leistet. 30 Sekunden Zeit, um euch zu sagen, dass mir jeder, der mir entgegengekommen ist aus eurem Team, mit Freundlichkeit, Offenheit, Motivation und einem gediegenen Maß an Professionalität begegnet ist. Wahnsinn! 30 Sekunden Zeit, um zu sagen, wie begeistert ich von euch bin und 30 Sekunden Zeit, um euch zu gratulieren für 10 Jahre Kinderpalliativstation und 30 Sekunden Zeit, um euch zu wünschen, dass ihr noch ganz viele Jahre die Kraft und die Motivation dazu aufbringt, die Welt jeden Tag ein bisschen besser zu machen. Das schaffe ich nicht in 30 Sekunden. Tut mir leid.